Wir befinden uns hier am Autowaschcenter Gläser mit der innovativsten Technik. Wir haben nicht nur die modernste Waschanlage und SB Waschanlage in Herne, Wanne-Eickel und Umgebung, sondern wir bieten ihnen auch eine Fahrradwaschanlage und eine Hundewaschanlage an. Und wir würden uns freuen, wenn sie mal vorbeikommen und das ausprobieren. Musik 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 Musik